Das tut mir jetzt wirklich leid, John. Sieh doch! Er spuckt Geld aus, wenn du dir wehtust. Wir müssen schwören, aufzuhören, bevor es außer Kontrolle gerät. Okay, bei einer Million hören wir auf. Einmal brasilianisch. Das muss alles weg. Machen wir es auf die altmodische Art. Shabbat shalom. Wer seid ihr? Wo ist der Teekessel? Der Teekessel besitzt übernatürliche Kräfte. Sie sind in großer Gefahr. Wir wollten aufhören, wenn es ausartet. Was für einen Hund habt ihr eigentlich? Ich habe gestern Nacht Gejaule gehört. Wir hatten nur ziemlich wilden Sex.